Das Bundeshaus in Bonn ist ein Gebäudekomplex, in dem von 1949 bis 1999 die Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates stattfanden. Das von 1930 bis 1933 errichtete Kerngebäude diente bis zum Zweiten Weltkrieg als pädagogische Akademie der Lehrerfortbildung. Nach der Entscheidung der Hauptstadtfrage 1949 zugunsten Bonns wurde es zur provisorischen Unterkunft des Bundestages und Bundesrates umgebaut und bildete den Kern des sich entwickelnden Parlaments- und Regierungsviertels. In den über 40 Jahren als Sitz der beiden Verfassungsorgane wurde es mehrfach erweitert und umgebaut, bis die Institutionen 1999 aufgrund des Hauptstadtbeschlusses nach Berlin verlegt wurden. Den Plenarsaal übernahm anschließend das internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn, das heutige World Conference Center Bonn, in dem nationale und internationale Konferenzen stattfinden. Die südlichen Gebäudeteile sind seit 2013 als Sitz des Klimasekretariats der Vereinten Nationen Bestandteil des UN-Campus, der neben dem Bundeshaus auch das benachbarte ehemalige Abgeordnetenhaus Langeaugen umfasst, Lage und Erreichbarkeit. Das Bundeshaus befindet sich am Platz der Vereinten Nationen in unmittelbarer Nähe des Rheins inmitten des ehemaligen Parlaments und Regierungsviertels. Während die Haupteingänge der verschiedenen Gebäudeteile am Platz der Vereinten Nationen liegen, ist der Plenarsaal auch über die Rheinpromenade zugänglich. Erreichbar ist das Gebäude über die B9. Der schnellste Weg führt über die östlich davon gelegene Querstraße Heussallee. Am Ende dieser Straße befindet sich nördlich der Gebäudekomplex des Bundeshauses. Im Norden grenzt das Bundeshaus an die Daimannstraße. Geschichte Vor 1949 Pädagogische Akademie und Parlamentarischer Rat der Kern des Gebäudes wurde von 1930 bis 1933 in den Formen der neuen Sachlichkeit nach. Einem Entwurf wird es Regierungsbaumeisters Martin Witte als Pädagogische Akademie eine Hochschule für Lehrerfortbildung errichtet. Die Grundsteinlegung für den Neubau erfolgte am 16. September 1930. Zwei Monate vor dem Tod Wittes die Einweihung fand am 2. Oktober 1933 statt. Er umfasste neben dem Hörsaalgebäude eine Turnhalle sowie eine Aula. Nachdem 1948 entschieden worden war, den Parlamentarischen Rat in Bonn tagen zu lassen, wurden geeignete Räumlichkeiten zur Unterbringung des Gremiums gesucht. Die Wahl fiel dabei auf die Gebäude der Akademie, weil sie ausreichend Platz zur Aufnahme des Verfassungskonvents boten. Von September 1948 bis zur Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949 tagte er in der ehemaligen Aula der Pädagogischen Akademie. Die alliierte Hohe Kommission suchte weiter nach einem Sitz für die zukünftigen Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland. Auch Bonn bewarb sich und war damit eine Option in der sogenannten Hauptstadtfrage. Frankfurt am Main, der wesentliche Konkurrent um den Hauptstadtstatus, ließ seit 1949 einen Plenarsaal errichten. Um Frankfurt zuvor zu kommen, ließ Bonn durch den Architekten Hans Schwippert innerhalb weniger Monate ebenfalls einen Plenarsaal errichten, der an die zum Foyer umgebaute Turnhalle der Akademie angeschlossen wurde. Das gesamte Gebäude wurde ab Frühjahr 1949 von Schwippert zum Parlamentsgebäude umgebaut. Am 10. Mai 1949 erhielt Bonn in geheime Abstimmung des Parlamentarischen Rates mit 33 zu 29 Stimmen die Stimmenmehrheit und wurde somit zum vorläufigen Sitz der Bundesorgane ernannt. Ab dem 10. August 1949 wurde der erweiterte Komplex der ehemaligen Pädagogischen Akademie offiziell als Bundeshaus bezeichnet. Provisorisch kamen hier auch Landesvertretungen unter, die jedoch nur wenige Büros in Anspruch nehmen konnten. Am 7. September 1949 fand im Plenarsaal die erste Sitzung des Deutschen Bundestages statt. Gleichzeitig wurde in der früheren Aula der Sitzungssaal des Bundesrates eingerichtet, dessen Büros und weitere Sitzungssäle im 1949 neu gebauten Nordflügel des Bundeshauses untergebracht wurden. Am 3. November 1949 wurde die Hauptstadtfrage durch den 1. Deutschen Bundestag endgültig zugunsten von Bonn entschieden. 1949 bis 1999 Deutscher Bundestag und Bundesrat, nachdem der Standort der Regierungsorgane abschließend festgelegt worden war, wurde das Bundeshaus als Sitz der Legislative und zweier Verfassungsorgane weiter ausgebaut. Da Bonn nur provisorische Hauptstadt bleiben sollte, wurde bei den Planungsaufträgen auf große Funktionalität und Wirtschaftlichkeit geachtet. Zu der ersten Erweiterung zählte der Anbau von Wandelhallen, seitlichen Emporen und eines Restaurants sowie die Errichtung eines Nord- und eines Südflügels. 1951 kamen als zweite Erweiterung des Bundeshauses an dessen südlichen Ende ein achtgeschossiges Abgeordnetenhaus und ein Zwischentrakt hinzu. Eine dritte Erweiterung im Jahre 1953 umfasste einen dreiflügeligen Ministertrakt sowie einen Fraktionsbau am südlichen Ende des Gebäudekomplexes. Erst durch Übereignungsvertrag vom 9. Mai 1953 ging das Bundeshaus vom Land Nordrhein-Westfalen in den Besitz der Bundesrepublik Deutschland über. 1955 wurde der Plenarsaal der Länderkammer umgebaut. Die Abgeordneten votierten für die bereits von Schwippert für den Plenarsaal vorgeschlagene neuartige Kreisrunde an Ordnung ihrer Sitze. Dies empfand die Bundesregierung jedoch als zu modernistisch, deshalb wurde die ursprüngliche Sitzordnung beibehalten, bei der die Abgeordneten von der Regierung abgetrennt und die Regierungsmitglieder auf einem erhöhten Podest saßen. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde die Sitzordnung des Bundesrates für die Vertreter aller 16 Bundesländer erweitert. Auch die kreisrunde Anordnung der Sitze wurde 1990 im heutigen Plenarsaal verwirklicht. 1986 entschied sich der Bundestag nach jahrzehntelangen Diskussionen und einer Vielzahl immer wieder verworfener architektonischer und städtebaulicher Entwürfe zu einem Neubau des Plenarsaals. Trotz intensiver gegenteiliger Bemühungen der Denkmalpflege, einer Reihe von Politikern und engagierten Bürgern und einer Reihe von Gutachten, die den Altbau als sanierungsfähig darstellten, wurde der inzwischen denkmalgeschützte Plenarsaal Schwippertz Mitte Oktober 1987 abgerissen. Mit Entwurf, Planung und Ausführung des Neubaus wurde das Stuttgarter Architekturbüro Benisch und M.P. Partner beauftragt, das zuvor den entsprechenden Wettbewerb gewonnen hatte. Die Bauarbeiten für den neuen Plenarsaal begannen 1988. 1990 war das Gebäude weitgehend fertiggestellt. Während der Baumaßnahmen tagte der Bundestag im benachbarten ehemaligen Wasserwerk. Am 30. Oktober 1992 fand die erste Sitzung im neuen Parlamentsgebäude statt. Nachdem in einer Sitzung am 24. November 1992 die Mikrofonanlage ausfiel, versammelte sich der Bundestag wiederum im Wasserwerk. Bisher am 22. September 1993 wieder ins Bundeshaus umzog. Am 20. Juni 1991 beschloss der Deutsche Bundestag, seinen Sitz nach Berlin zu verlegen. Am 1. Juli 1999 fand mit der Vereidigung des Bundespräsidenten Johannes Rau die letzte Sitzung des Parlamentes in Bonn statt. Im November 2000 zogen die letzten 900 Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung von Bonn nach Berlin um. Anschließend verblieb in Bonn nur noch die hier an acht verschiedenen Standorten, darunter dem alten Abgeordnetenhochhaus. Untergebrachte Bibliothek des Deutschen Bundestages, die von März bis Mai 2004 nach Berlin verlegt wurde. Weitere durch den Deutschen Bundestag genutzte Gebäude in Bonn waren die Villa Adenauer Allee 208, der Godesberger Hof im Ortsteil Rüngsdorf und die Villa Dollendorfer Straße 10 im Ortsteil Plittersdorf. Punkt. Punkt. Seit 1999 IKBB, WCCB, Bundesrat und Vereinte Nationen am 29. Oktober 1999 wurde der Plenarsaalbau der Bundesstadt Bonn übergeben, um das Gebäude für das internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn zu nutzen. Am 14. Juli 2000 fand mit der 753. die letzte Plenarsitzung des Bundesrates in Bonn statt, nachdem dieser am 27. September 1996 entschieden hatte, seinen Hauptsitz nach Berlin zu verlegen. Seitdem unterhält der Bundesrat eine Außenstelle in Bonn. Zunächst fanden hier außerhalb der Sitzungswochen des Bundestages die Sitzungen der Ausschüsse, mit Ausnahme des Gesundheitsausschusses und des Verteidigungsausschusses statt, die mit den Bundesministerien mit Hauptsitz in Bonn korrespondieren. Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Ausschuss für Kulturfragen. Im März 2001 übernahm das Bundesministerium der Finanzen vom Deutschen Bundestag die Verantwortung für dessen ehemalige Plenargebäude. Für das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement im IKBB war die Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung Controlling-Institution des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung zuständig. Am 1. Oktober 2002 übernahm die Stadt die Trägerschaft für das IKBB. Den Kernbereich des Bundeshauses, vormals durch den Deutschen Bundestag genutzt, übernahmen zunächst Organisationen der Vereinten Nationen. Bis diese 2006 den zunächst auf den langen Eugeln beschränkten UN-Campus beziehen konnten. Die südlichen Gebäudeteile einschließlich des alten Abgeordnetenhochhauses wurden von 2009 bis 2013 als Erweiterung des UN-Campus für das Klimasekretariat hergerichtet. Gebäude Das Bundeshaus besteht im Wesentlichen aus neuen Gebäuden. Das wohl bekannteste ist der 1992 fertiggestellte Plenarsaal, in dem bis 1999 der Deutsche Bundestag tagte. Alle Gebäudekomplexe sind miteinander verbunden. Bis 2007 gab der Bund für seine ehemaligen Parlamentsbauten 17 Millionen Euro aus. Als Baudenkmal unter Denkmalschutz stehen das ehemalige Gebäude der Pädagogischen Akademie, der Plenarsaal sowie der Plenarbereich. Plenarsaal, Foyer und Rheinlobby Der 1949 im Anschluss an das Foyer als selbsttragende Stahlkonstruktion erbaute Plenarsaal umfasste einen seitlich mit Glasfassaden geöffneten Sitzungssaal, der für 520 Abgeordnete konzipiert war. Des Weiteren wurde dort eine Tribüne für 400 Besucher errichtet. 1953 erfuhr der Plenarsaal eine reinseitige Erweiterung um 6 Meter, wobei er auch an der Stirnseite einen neuen Bundesadler erhielt. Das in den 1980er Jahren baufällig gewordene Gebäude wurde ab 1986 abgerissen, um einen Neubauplatz zu machen. Der neue Plenarsaal wurde bis 1992 anstelle des ehemaligen Baus von Hans Schwippert nach Plänen der Stuttgarter Architekten Benisch und Empt Partner errichtet und wird heute als Teil des World Conference Center Bonn genutzt. Er ist Teil des Wegs der Demokratie. Seitdem das Kongresszentrum seinen Betrieb aufgenommen hat, finden hier zahlreiche national wie international bedeutende Konferenzen und Tagungen statt. Der Plenarsaal kann außerhalb der Kongressnutzungszeiten besichtigt werden. Das Plenum hat eine Grundfläche von 1230 Quadratmeter. Das Gebäude sollte dem Geiste der Bundesrepublik folgen Transparenz, Bürgernähe und Bescheidenheit ausdrücken. Alle Bereiche des Glas- und Stahlgebäudes sind einsehbar, es gibt keine einzige durchgehende Wand. Die aus statischen Gründen unvermeidlichen Betonwände sind durch großflächige Kunstwerke kaschiert. Die Sitzordnung ist im Unterschied zu bisherigen Parlamentsgebäuden kreisrund gewählt. Dadurch saßen die Abgeordneten der Regierung, dem Präsidium und dem jeweiligen Redner nicht gegenüber, sondern mit ihnen zusammen. Außensitze werden auf diese Weise vermieden. Seit der Bundestagswahl 1998 ist die Sitzordnung unverändert, lediglich die Stenografenplätze vor dem Rednerpult wurden entfernt. Der eigentliche Plenarsaal liegt unter dem Boden der Umgebung, wodurch das gesamte Gebäude kleiner und somit bescheidener wirkt. Die Eingänge für die Abgeordneten und für die Besucher liegen nur wenige Meter auseinander und auch das 1200 Quadratmeter umfassende Foyer, das zusammen mit der Rhein-Lobby dem Plenarsaal umrahmt und beispielsweise für Bänkette dient, ist von einem Besucherbalkon einsehbar. Der Bundestagsadler, die sogenannte Fette Henne, ist eine Kopie des ersten Adlers aus dem alten Plenarsaal, die aus optischen Gründen aus Aluminium anstatt aus Gips gefertigt wurde. Das Gefieder des Wappenvogels ist asymmetrisch und lückenhaft, um den Abgeordneten vor Augen zu führen, dass sie niemals Perfektion erreichen werden. Bemerkenswert ist, dass sich von der gesamten Symbolik nur sehr wenig im umgebauten Reichstagsgebäude wiederfindet. Nach einem Beschluss des Stadtrats im Dezember 2014 soll in der Sommerpause 2016 die Restaurantküche des ehemaligen Plenargebäudes bei Kosten von etwa 2,5 Millionen Euro zu einer Cateringküche für die WCCB-Bestandsbauten umgebaut werden. Eine allgemeine Sanierung des Plenargebäudes soll aus Mitteln einer im Februar 2016 zwischen dem Bund und der Bundesstadt Bonn abgeschlossenen Fördervereinbarung, Stärkung, VN-Standort Bonn erfolgen. Kernbereich der Kernbereich des Bundeshauses Die ehemalige Pädagogische Akademie war der erste der heute neun Gebäudeteile. 1930 bis 1933 im Bauhausstil nach Plänen des Regierungsbaumeisters Martin Witte erbaut. Wurde er 1949 bis 1999 durch den Deutschen Bundestag genutzt. Bis zur Eröffnung des unweit gelegenen UN-Campus 2006 waren dort übergangsweise UN-Organisationen untergebracht. Heute wird das Gebäude zum Teil privatwirtschaftlich genutzt. Seit Anfang 2013 hat dort auf etwa 750 Quadratmeter zudem der mit den Vereinten Nationen verbundene globale Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt mit rund 30 Mitarbeitern seinen Sitz. Die Einweihung erfolgte am 22. Mai 2013. Nordflügel und Bundesratssaal Der Nordflügel wurde 1949 im Zuge der ersten Ausbauphase des Bundeshauses für den Bundesrat errichtet und beherbergt. Heute dessen Außenstelle. Er ist fünfgeschossig in Stahlfachwerkbauweise errichtet. Allerdings zwei Geschosse tiefer als der Kernbereich des Bundeshauses angesetzt und besitzt daher zur Straße hin dieselbe Höhe. Ursprünglich beinhaltete er auch die Aufenthaltsräume für die Mitglieder des Bundeskabinetts. Zudem stellte der Bundesrat anfänglich das Fünf-Obergeschoss dem Bundestag zur Unterbringung von etwa 70 Abgeordneten zur Verfügung. Bis dessen endgültige Raumausstattung abgeschlossen war, so dass dem Bundesrat nur 20 Räume verblieben. Im Nordflügel fanden die Ausschusssitzungen und in der angrenzenden ehemaligen Aula der Pädagogischen Akademie die Plenarsitzungen des Bundesrates statt. Am 26. Mai 1952 wurde im Bundesratssaal der Deutschlandvertrag unterzeichnet. 2000 verlegte der Bundesrat seinen Hauptsitz ins preußische Herrenhaus in Berlin. Anfang der 2000er Jahre wurde der Nordflügel für rund zwei Millionen Euro saniert, insbesondere um Brandschutzauflagen zu erfüllen. In der Außenstelle Bonn sind heute noch die Büros der folgenden Ausschüsse des Bundesrates beheimatet, die hier zudem im Bedarfsfall tagen, wenn ihre Sitzungstermine nicht in eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages fallen. Ausschuss für Verteidigung, Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und Ausschuss für Kulturfragen. Derzeit haben neun ständige Mitarbeiter des Bundesrates dort ihren Arbeitsplatz. Das Haus der Geschichte hat im Bundesrat ein am 6. September 2006 eröffnetes Informationszentrum Föderalismus eingerichtet, das über die Arbeit und Geschichte des Bundesrates sowie die des Föderalismus informiert. Im Rahmen von Begleitung können die Ausstellung und der Bundesratssaal besichtigt werden. Dieser ist Teil des Wegs der Demokratie. Südflügel Der Südflügel des Bundeshauses wurde 1949 im Zuge der ersten Ausbauphase nach einem Entwurf von Hans Schwippert in Stahlskelettbauweise errichtet. Er beinhaltete zunächst eine große Sitzhalle, Lese- und Schreibraum für die Abgeordneten, Bibliothek und Archiv, Büros für Verwaltung, Sekretariat und Stenografen, Tresorraum, Druckerei und Buchbinderei. Das 2250 Quadratmeter umfassende, denkmalgeschützte Gebäude besteht aus einem Kellergeschoss, einem IRD und zwei Obergeschossen mit ca. 110 Büroräumen und einem Besprechungsraum. Es wurde bis 2013 saniert und beherbergt seitdem Teile des UN-Campus. Zwischenflügel Obergeschossen mit 31 Büroräumen, b. einem Kellergeschoss, zwei Obergeschossen und dem Fraktionsflügel mit jeweils ein-einhalbgeschossigen Sitzungssälen. Auch dieses Gebäude ist nach Abschluss einer Sanierung seit 2013 Bestandteil des UN-Campus. Altes Abgeordnetenhochhaus Das offiziell altes Abgeordnetenhochhaus genannte achtgeschossige Gebäude wurde 1951 im Zuge der zweiten Erweiterung des Bundeshauses nach einem Entwurf der Bundesbaudirektion auf den Fundamenten eines zweigeschossigen Luftschutzbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Es enthält auf einer Fläche von 3.990 m² zwei Untergeschosse auf der Ebene des Bunkers, ein Erdgeschoss sowie sieben Obergeschosse mit 160 Büroräumen. Bis zum Frühjahr 2004 befand sich hier noch ein Teil der Bundestagsbibliothek, bis diese ins Berliner Marie-Elisabeth Lüders Haus überführt wurde. Danach wurde das Gebäude den Vereinten Nationen überlassen, um dort einen Teil des UN-Campus einzurichten. Mit der dafür notwendigen Modernisierung und dem Umbau wurde im September 2009 begonnen, Richtfest wurde im Oktober 2011 gefeiert. Die Schlüsselübergabe erfolgte am 31. Oktober 2012. Die offizielle Übernahme durch die Vereinten Nationen am 15. Juli 2013. Anschließend zog hier ein Teil der Mitarbeiter des Klimasekretariates der Vereinten Nationen ein. Plenarsaalanbau. Der im Zuge des Plenarsaalneubaus bis 1992 für das Bundestagspräsidium errichtete Vizepräsidentenbau befindet sich an der Rheinseite. Er gehört zum World Conference Center Bonn. In dem Gebäude befinden sich 36 Tagungsräume und 7 Konferenzsäle. Dort gab es zeitweise Büros von SMI Hyundai, dem Investor, der das WCCB errichten und betreiben sollte. Heute ist dort unter anderem die mehrheitlich der Stadt Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gehörende Tourismus- und MbKongress GmbH Region. Bonn-Rhein-Sieg-Ahrweiler beheimatet, die für die Bewerbung des touristischen Angebotes der Region zuständig ist, Rezeption Kunst im Außenbereich des Bundeshauses. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind im Außenbereich des Bundeshauses eine Reihe von künstlerischen Arbeiten aufgestellt worden. Vor dem Bundeshaus in unmittelbarer Nähe des Rheines wurde im Oktober 1992 die leuchtend rote Skulptur aus Stahlprofilen Lulium von Marc Di Souvero installiert. Sie zeigt in die geografische Richtung der deutschen Hauptstadt Berlin. 2010 fand eine Erneuerung und Modernisierung des Kunstwerks unter Beteiligung Di Souveros statt. Im Bereich des Haupteingangs des ehemaligen Plenarsaals befinden sich die zwischen 1993 und 1997 entstandene Plastik-Mais-Deutigkeit von Olaf Metzl. Eine Assemblage aus Fahrradständern und etwas nördlicher die Metallplastik-Durchbruch von Hermann Glöckner. Für den Südteil des Bundeshauses, der für den UN-Campus hergerichtet wird, wurden 2010 drei neue Kunstanbau-Wettbewerber ausgelobt. Den ersten Preis gewann unter anderem der Bildhauer Michael Zählstorfer für sein Außenthermometer am alten Abgeordnetenhochhaus, das auf die Rolle des Klimasekretariats hinweisen soll und im Juli 2012 installiert wurde. Punkt, 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 World Conference Center Bonn Das World Conference Center Bonn umfasst den 1992 eingeweihten Plenarsaal von Günther Benisch, den angrenzenden Vizepräsidentenbau. Das gegenüberliegende alte Wasserwerk, das während der Bauzeit des neuen Plenarsaals als Ausweichquartier des Bundestages diente, sowie sein benachbartes Pumpenhaus. Seit 2006 wird an einem umfassenden Erweiterungsbau samt Hotel auf dem Gebiet westlich des Bundeshauses gearbeitet. Die Bauarbeiten wurden jedoch im September 2009 aufgrund eines noch nicht überwundenen Finanzskandals gestoppt. Das WCCB ist eines der wichtigsten Kongresszentren in Deutschland. In ihm finden national wie international bedeutende Konferenzen statt. Häufig wird das WCCB auch von den in Bonn ansässigen UN-Organisationen für ihre Tagungen genutzt. UN Campus Seit 1996 haben sich in Bonn zahlreiche Organisationen der Vereinten Nationen niedergelassen. Diese waren bisher im Haus Kastanien und dessen Erweiterungsbau im Bundeshaus sowie einem Gebäude in der Kennedy Allee ansässig. Im November 2000 hat die Bundesregierung beschlossen, die schwerpunktmäßig im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich tätigen Organisationen an einem zentralen Punkt zu bündeln. 2001 wurde vereinbart, dafür die ehemaligen Parlamentsbauten den Vereinten Nationen zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung zu stellen. Was durch den Kabinettsbeschluss vom 28. Mai 2003 bekräftigt wurde. Im Juli 2006 sind Elfe der damals zwölf Organisationen in das ehemalige Abgeordnetenhochhaus den Langen Eugen eingezogen. Das Klimasekretariat ist im Herbst 2013 mit etwa 265 Mitarbeitern im achtgeschossigen Altenhochhaus dem Fraktionsbau, dem Zwischenflügel sowie dem Südflügel des Bundeshauses als zweitem Teil des UN Campus untergebracht worden. Dazu waren die denkmalgeschützten Gebäude ab September 2009 für ca. 55 Millionen Euro umgebaut worden. In einem zweiten Bauabschnitt soll ein Ergänzungsneubau errichtet werden, um alle der etwa 1.000 Mitarbeiter der Vereinten Nationen in Bonn an einem gemeinsamen Standort unterzubringen. Der Umzug war ursprünglich schon für 2008 vorgesehen, verzögerte sich aber. Da der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages eine Haushaltssperre für die Sanierung des Altenhochhauses verhängt hatte. Am 31. Oktober 2012 erfolgte die Schlüsselübergabe an das Klimasekretariat. Am 15. Juli 2013 die offizielle Übernahme des Gebäudes durch die Vereinten Nationen. Am 31. Oktober 2012